Jason testet ein Fahrrad aus was ist das denn ein bmx oder einfach Kinderfahrrad guck mal Nick hat die richtig große Reifen ja du auch stimmt guck mal goldene Bremse cool ne hier goldene Bremse und klingel mal so geht das Klingel ist kaputt ja die ist heilig ne genau so sogar bisschen kleiner ist ja du hast bisschen größer ne ja das stimmt Nick du hast auch so ein Endicke Spiderman aber in blau wow guck mal Feuerfahrrad Nick ja guck mal orange neon orange richtig geile Farbe wie die leuchtet wie so ein Feuer ja genau wenn ich habe habe ich ja das stimmt hier ist das hier ein Mädchenfahrrad pink was denn ja komm ich komme Nick deine Brieftasche nicht verlieren zeig mal wie viel Geld du hast zeig uns das mal wow Jason kriegt auch so viel ne von Zahnfee voll viel wo denn hier oh der wackelt ganz doll heftig so wow guckt euch den mal an ist das ein lustiger Fahrrad oder ja guck mal die Reifen hinten wie lustig die aussehen wie so zwei Bälle ne ja ja du sagst hier zwei Bälle aha geil das waren so ja fahr mal ein bisschen Papper geh mal weg Papper geh mal weg oh man hier kann man nicht fahren kann man nicht fahren kann man nicht fahren aber die Reifen aufgucken ah Reifen aufgucken hier blauer Fahrrad aber der ist nicht so ganz cool Nick guck mal sieht lustig aus ein kleines Fahrrad für Nick ne Peppa Peppa willst du hi hi Angela Nick deine Brieftasche verlieren Nick oh ein Pferd cool ne ist glaube ich fast eine Kette ne wow Peppa ja ein Pferd willst du haben wow ein Basketball Pferd Nick spielt Basketball mit einem Kinderball hey Nick guck mal wie lustig das aussieht so ein kleiner Motorrad Nick Jason sitz dich mal drauf guck mal wie lustig das aussieht wenn Jason da drauf sitzt guck mal wie lustig das aussieht ah wie eine kleine Ameise den kaufen wir für Jason nein Weihnachtsgeschenk komm nein zu klein zu klein ok Angelina guck mal will ich zu fahren so Angelina ich hab Angelina ich hab ein Helm für dich Angelina Lina ein Helm Lina guck mal guck mal guck mal wiii und ein Helm für Angelina wiii super wiii 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 guck mal was Lina hat wow ein Lutscher wiii wiii guck mal was ich hier gefunden hab ein cool Ferrari wiii 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 ein Mini Traktor noch ein Mini Traktor kann man fahren kann man fahren Jason ist für dich der ist ja lustig fahr mal ganz schnell ja he 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 ciao 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 Puppe Lina will auch fahren? auch fahren willst du fahren Lina? komm Puppe Puppe da ah da ist eine Puppe stimmt unten eine Puppe